Hier nochmal Dankeschön an GetGoods für die Leihgabe des HTC One für diesen Test. Ja moin Leute, ich hatte gestern schon mal das HTC Review online gestellt, aber wie ich dann auch an den Kommentaren gemerkt habe, ist das, was ich rüberbringen wollte, nicht wirklich rübergekommen. Deswegen habe ich beschlossen, ich mache das Video einfach nochmal komplett neu und deswegen reden wir jetzt wieder über das wahrscheinlich meist diskutierte Handy im Internet, das HTC One. Auf geht's! Der erste Eindruck, wenn ich das Handy in die Hand nehme, ist erstmal, es fühlt sich wertig an, gut und das ist schön. Der erste Eindruck ist wirklich sehr angenehm vom Handy. Das liegt vor allem an dem Material. Wir haben hier Aluminium, gebürstetes Aluminium an der Rückseite und ein kleines bisschen Plastik, damit man noch Empfang hat und das verspricht natürlich Wertigkeit. Das Handy ist zwar relativ kantig, aber damit kommt man nach einer Zeit schon klar. Was mich persönlich am Design stört, ist, dass das Display für die Größe des Smartphones relativ klein ist. Das Smartphone ist also relativ klobig, hat dabei aber nicht so ein riesiges Display. Das ist nicht so schlimm, dafür haben wir ja die BoomSound-Lautsprecher, zu denen kommen wir aber später noch. Eine weitere Sache, die mich stört, ist das Button-Layout. Wie auch schon viele unter dem letzten Video gepostet haben, wird man sich daran gewöhnen, aber es ist einfach für mich als iPhone-User, als Oppo Find 5-User, als S4-Nutzer, ist es ein bisschen seltsam. Und ich kann mich mit dem Button-Layout nicht wirklich anfreunden, aber daran wird man sich gewöhnen, wenn man das Handy vor allem öfter und intensiver nutzt. Das Handy kommt mit den BoomSound-Lautsprechern. Das sind Lautsprecher, die direkt vorne beim Display mit angebracht sind. Wir haben Stereo-Lautsprecher, das heißt, die kommen von rechts und links und die klingen wirklich toll. Sie waren ein ganz kleines bisschen schlechter, als ich sie erwartet hatte zu sein, aber es ist eins der ersten Handys, was diese Art von Lautsprechern hat und dafür ist es natürlich ein fettes, fettes Plus. Zusammen kommt es mit dem 4,7 Zoll Full HD, also 1920x1080 Pixel 4,7 Zoll Display. Das macht eine Pixeldichte von ca. 470 Pixeln pro Zoll und das ist wahrscheinlich das beste Display, was es bisher auf dem Markt gibt. Powered wird das Ganze vom Snapdragon 600 Prozessor und kommt mit 32 GB intern. Als Kamera hat es eine Kamera mit 4 Ultra Pixeln auf der Rückseite. Das sind Pixel, die 30% größer sind und damit bei Dunkelheit rauschärmer sein sollen. Ich selbst muss aber dazu sagen, klar es funktioniert, wenn es dunkler ist besser, aber da ich meistens tagsüber fotografiere, ist die Kamera für mich nicht so gut, weil 4 Megapixel dann doch oder 4 Ultra Pixel dann doch etwas wenig sind. Man hat nicht so einen Bildausschnitt, wo man dann wirklich hineinzoomen kann und deswegen habe ich da eine sehr gespaltene Meinung drüber. Es ist eine schöne Kamera mit sehr geringem Rauschverhalten, aber für mich am Tag zu wenig Auflösung. Hey, habt ihr eigentlich schon vergessen, was ein Baum ist? Videos mit dem HTC One. Eigentlich ganz in Ordnung. Und natürlich darf man den Baum nicht vergessen. Und hier wird gerade eine Klärgrube gebaut. Yay! Nun, weil ich es bisher noch nicht gesehen habe, Videos mit dem HTC One bei Dunkelheit. So sieht es aus. Es ist keine Lampe oder sowas hier an. Das sind alles die Ultra Pixel und hier sind nur ein paar Filme, die sich so zusammengesammelt haben. Beats Audio kommt auch mit. Und Beats Audio ist ein Equalizer. Das bedeutet, bestimmte Teile der Musik werden hervorgehoben bzw. eher verdrängt. Das bedeutet, es werden zum Beispiel bei Beats Audio mehr die Höhen und die Bässe herausgefiltert, was dazu führt, dass der Sound klarer klingt. Allerdings habe ich bemerkt, dass wenn ich den Beats Audio Sound Equalizer ausmache, dann klingen die Boom Sound Lautsprecher direkt richtig schlecht. Und ich persönlich bin kein Fan von den Beats Audio Sachen, denn ich finde, das ist nur Geldmacherei und ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, warum das hier in diesem High-End Smartphone drin ist. Der Speicher ist nicht erweiterbar, das ist nur so ein kleiner Kritikpunkt, das haben viele Handys ja nicht. Und die Akkulaufzeit ist auch noch so ein kleines Minus, wo ich mir echt, naja, es gibt Handys mit besserer Akkulaufzeit. Zur Software. Das HTC kommt mit Android 4.1, hätte 4.2 sein können meiner Meinung nach, ist ja ein relativ neues Smartphone. Aber es läuft extrem flüssig, extrem schnell. Die Software ist extrem sauber, schon wieder so ein extremes Ding. Und es macht Spaß damit herumzuspielen. Ich bin allerdings persönlich nicht so ein Fan von der Sense-Oberfläche, Sense 5, die HTC hier mitbringt. Mich stören einfach daran verschiedene Elemente, die nicht intuitiv bedienbar sind und es fehlen einfach ein paar Sachen, wie zum Beispiel im Multitasking. Das Menü ist nicht wirklich übersichtig und ich bin da einfach kein Fan von. Aber das ist auch eine Gewöhnungssache und man kann sich an sehr viel gewöhnen. Also wenn euch das Sense anspricht, das kann ja sein, mich persönlich spricht es nicht an, aber wenn es euch anspricht, dann werdet ihr damit wahrscheinlich zufrieden sein. Und ich denke, wir werden auch in nächster Zeit ein Update auf Android 4.2.2 sehen, dann mit Toggles, die wir direkt oben mit in der Notification-Leiste haben, dass wir da, also wie eben Android 4.2 ist. Insgesamt ist es aber ein tolles Handy, das muss man sagen, aber es ist nicht für jedermann gemacht. Mein Ergebnis ist also sehr zwiegespalten. Ich kann mich persönlich nicht wirklich entscheiden, ob ich das Handy wirklich richtig mag oder nicht so. Es ist so ein Zwischending. Das Handy ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dass es sein würde, aber es ist auch kein schlechtes Handy. Ich will damit sagen, wenn jemand von euch mit dem Handy liebäugelt, dann kauft es. Es ist kein schlechter Kauf. Ihr werdet es lieben und ihr werdet es so lange haben können, wie ihr wollt und ihr werdet damit zufrieden sein. Wenn ihr aber sagt, ich weiß nicht, wenn in euch so Zweifel nagen, ob das Handy wirklich das Richtige für euch ist, dann würde ich sagen, lasst es lieber. Dann ist das Handy nichts für euch. Dann guckt euch lieber nach einem anderen Handy um. Soweit dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Also macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020